Wenn Sie Ihren Traktor mit VarioGuide benutzen, macht es absolut Sinn, die Fahrgassen im Feld zu markieren, zum Beispiel bei der Saat. Mit Hilfe der Markierungsfunktion, die hier erklärt wird, können Sie anfangen, die Fahrgassen einzusehen und im Anschluss den Boden der Nicht-Fahrgassen mit regulären Bahnen zu bearbeiten. Dies macht Ihre Feldarbeit wesentlich einfacher und Sie können sich während der Arbeit entspannen. Um die markierten Fahrgassen einzurichten, gehen Sie zur Kartenansicht im VarioTerminal. Vergrößern Sie die Kartenansicht auf volle Bildschirmgröße. Falls noch nicht vorhanden, wählen Sie konventionell als Bildschirmlayout aus. Drücken Sie hierzu die Layout-Taste und wählen Sie den konventionellen Modus. Drücken Sie danach die Taste für die Einstellungen der bearbeiteten Fläche. Ändern Sie die Option Fahrgassenmarkierung zu Auto. Es können zwei Einstellungen angewendet werden. Zuerst müssen Sie die Anzahl von regulär farbigen Spurlinien zwischen zwei Spurlinien in Kontrastfarbe ändern. Diese Anzahl repräsentiert die Anzahl von regulären Spurlinien zwischen zwei Fahrgassen. Ein Beispiel. Wenn Sie mit einem 3 Meter Anbaugerät arbeiten und Ihre Feldspritze 27 Meter lang ist, müssen Sie für jede einzelne Fahrgasse neun Spurlinien fahren. Bitte beachten Sie, um 27 Meter zu erreichen, passen Sie den Wert auf 8 an, denn die erste und letzte Spurlinie werden je zur Hälfte Ihres Wertes gezählt. Passen Sie die Anzahl an, indem Sie das Rad am Terminal nutzen. Wählen Sie danach die Nummer, die als erste Spurlinie betrachtet werden soll, indem Sie die Funktion Kontrastfarbe starten mit Spurliniennummer nutzen. Bitte beachten Sie, dass die Spurliniennummer 0 auch zählt. In unserem Beispiel wäre die erste Fahrgasse nach fünf gesäten Spurlinien, das heißt die Nummer, die eingegeben werden muss, ist 4. Bitte beachten Sie auch, dass die Anfangslinie ein anderer Punkt sein kann, falls Sie nicht in einem Feld mit Spurliniennummer 0 beginnen. Sie können die aktuelle Spurliniennummer herausfinden, indem Sie die Bestätigungstaste berühren. Drücken Sie danach die Taste mit dem Fahrzeug auf der Spurlinie. Die Anzahl der genutzten Spurlinien wird jetzt darunter angezeigt. Sie können die Spurlinien sehen, indem Sie ins Feld hineinfahren bzw. Sie in das Feld auf der Karte hineinzoomen. Bitte beachten Sie, dass das VarioGuide-System im Standby-Modus sein muss. Drücken Sie die Ganzes-Feld-Anzeigen-Taste, um alle Spurlinien sehen zu können. Bitte beachten Sie, dass es notwendig ist, zuerst eine Feldgrenze und eine Spurlinie aufgezeichnet zu haben. Sie sehen jetzt die regulären Spurlinien in der braunen Farbe und die Fahrgassen in gelb.